Hallo und herzlich willkommen bei den LernSnacks. Heute möchte ich Ihnen und Euch zeigen, wie Sie sich bei Logineo Messenger anmelden können. Viel Spaß dabei! Logineo Messenger ist jetzt das dritte Programm, was das Land Nordrhein-Westfalen rausgebracht hat, um das digitale Lernen für Schulen und für Schüler zu erleichtern. Logineo Messenger baut auf dem Riot IAM oder Element IAM auf. IAM steht für Instant Messenger und der Vorteil ist, dass dieses Programm dezentral gespeichert wird. Das heißt, man hat also nicht einen Server für alles. Die Sicherheit ist erheblich höher, als wenn man einen Server irgendwo hat, zum Beispiel in den USA, der dann alle Daten irgendwo speichert und zwischenspeichert und dann verwaltet. Aber genug mit dem technischen Kram. Wir wollen uns heute anmelden. Wenn Ihre oder Eure Schule das noch nicht hat, dann muss sich ein Schulleitungsmitglied auf der Seite manage.logineo.nrw-messenger.de anmelden. Wenn die Schule registriert ist, kriegt die Schule Passwörter für die Administratoren und für die Schulleitung zugeschickt und kann sich dann anmelden. Für Sie und euch als Lehrer ist interessant die App Element. Die findet man zum Beispiel im App Store. Dann steht hier elementpreviouslyriot.im und wenn man die öffnet, dann kommt man auf diese Maske. Benutzername oder E-Mail, Passwort, eine Telefonnummer kann man auch theoretisch angeben. Wenn Sie oder ihr dann von dem Administrator der Schule einen Benutzernamen und ein Passwort zugewiesen bekommen habt, kann man sich einloggen. Ganz wichtig ist, unten bei individuelle Serveroptionen muss man den Server der jeweiligen Schule angeben. Die Serveradresse hat die Form, Schulnummer, also diese sechsstellige Zahl, .logineo.nrw-messenger.de Und wenn man dann auf Anmelden mit Single Sign-On drückt, dann kommt die bekannte Maske, die man auch von Logineo LMS und Logineo kennt, gibt dort seine Benutzerdaten, seine Benutzerkennung und sein Passwort ein. Keine Gespräche, keine Räume, weil wir das noch nicht aktiviert haben. Das Ganze funktioniert auch mit dem Browser im Übrigen. Dafür muss man auf die Seite riot.im.app gehen. Dann kommt man hier drauf. Und auch hier hat man das Problem, melde dich bei deinem Matrix-Konto auf matrix.org an. Und jetzt geht man auf Ändern und muss dann hier den Server eingeben. Dann muss man hier wieder melden, sie sich mit Single Sign-On an und kommt auf die altbekannte Maske. So, wenn jetzt hier so eine Meldung kommt, dass die App vollen Access auf das Konto haben möchte, I trust this address, dann wird das Programm geladen. Dann kann man hier noch die Verschlüsselung einrichten. Entweder einen Key oder eine Phrase. Ich glaube, ich werde mich damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber das war zumindest der erste Schritt, wie man sich mit Logineo, NRW, Messenger anmelden kann. Und wenn ich hier ein bisschen mit rumgespielt habe, dann werde ich Ihnen und Euch natürlich gerne auch mitteilen, was ich so herausgefunden habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, das war es von den LernSnacks. Tschüss. Tschüss.